Applaus Wir haben heute schon operndhaft begonnen mit dem Karnevale, mit einem Stück von dem Opernkomponist von Schlechtkind, Giacchino Rossini. Wir kommen noch einmal zur Oper. Und zwar eine Oper, die wir vorhin gerade das Feuer vom Paso Dobl hatten. Eine Oper, die spielt zwischen Dunkel und Hell, zwischen Feurigkeit und Glückseligkeit, die Zauberflöte von Wolfgang Ametheus Mozart mit den Gegenspielern König in der Nacht und Sarastro. Und daraus hören Sie jetzt das Lied der drei Knaben, entsandte des Sonnenkönigs oder des Königs des Lichts Sarastro, bald krankt, den Morgen zu verkünden. Vielen Dank. 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 Ein klassisches Lied von Felix Melison Bartholdi, wie mit Kravirbegleitung, jetzt im Chorsatz, das Hexer-Team. Jetzt wechseln wir endgültig das Repertoire, aber sie hat im Film die sieben Zwerge, die Hexe gespielt. Nina Hagen, von ihr ist ein Fisch im Wasser sein. Amen. 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 Liedes Gutes, Großmütterlein, Schwinge, Märchenartig und fein, Von dem Wolf vom Zell, vom Zollberg, Und von dem Prinzen der Macht, Von dem Stau, der verjagt, Ach, er zieht so, er zieht. Die Wittchen freit sich, Der Zergelein haschen, Brünen was, der Schuh, Der Trosch wird wieder zum Prinz, Dem Mann eines Bösen, Nicht im Nu. Der Kinder wangen, grünen, Sie lauschen Hand in Hand Und singen von den Böden Ins armes Wunderland. Schlafein, schlafein, Wir haben uns das nicht ganz ausgemacht, der was moderiert. Es ist ganz einfach, der was moderiert, mich versteht kein Mensch auch nicht zu Hause. Aber das Gute ist, und nun freut mich dieses Konzert, dieses Gemeinschaftskonzert so, wenn man weiß, da ist ein Chorleiter, den man einfach versteht. Ohne lang zu reden, ich weiß, in etwa wie Karl arbeitet und freut mich, dass er hier ist. Und weil wir uns so gut verstehen, passt nicht nur das Moderieren, und wir können uns ganz schnell ausmachen, es passen sogar die Stücke, und auch das ist natürlich gar nicht ausgemacht, weil wir waren ja vorhin schon in der Märchenoper der Zauberkirche, und jetzt haben Sie das Märchen gehört. Wir haben schon gesungen vom Fisch im Wasser, also nicht vom Fisch selber, von der Zauberkirche, hier in der Fischsteinblatt. Darum hören Sie jetzt, wie das ist, wenn diese Frau im Wasser ist. Fisches Nachtgesang. Danke. Applaus Danke. 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 Das ist eines der schwierigsten Stücke für den Hoher. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Wir haben vorhin den Waldschrank, den Morgen gesuchtet und jetzt One, Two, Tonight. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis, bevor wir in die Pause gehen. Ja, wir schließen den Kreis. Ja, wir schließen den Kreis. Ja, wir schließen den Kreis.